Oliver Bierhoff, wie ist Ihre Gemütslage nach Paris und vor allem nach Hannover? Zunächst einmal erleichtert und glücklich, dass wir alle gesund nach Hause gekommen sind. Spieler, Betreuer, Trainer, aber natürlich auch, dass in Hannover nichts Schlimmeres passiert ist, dass man nichts gefunden hat, auch wenn das Spiel abgesagt wurde. Worüber wir natürlich sehr traurig sind, aber ich bin dankbar, dass niemandem etwas passiert ist, den Menschen, die auch ein Zeichen setzen wollten, wie unsere Mannschaft, aber auch die vielen Fans im Stadion, dass sie wieder alle gesund sind und wir jetzt nach vorne schauen können. Wie und wo hat es denn die Mannschaft erfahren? Wir waren auf dem Weg im Stadion. Kurz davor hat mich unser Delegationsleiter Dr. Raubal am Telefon informiert, dass wir sofort umdrehen sollen. Das Spiel wäre abgesagt. Er war beim Innenminister und wir sind vorher schon ein paar Worst-Case-Szenarios mit der Organisation durchgegangen. Insofern wussten wir schon, was zu machen war. Aber es war natürlich schon nochmal ein Schrecken, weil wir zunächst natürlich nicht genau wussten, was der Grund war, was passieren könnte. Ich habe dann direkt die Mannschaft wieder informiert, die sehr kontrolliert und auch professionell reagiert haben. Sie haben natürlich alle direkt auf ihre Handys geschaut, Freunde und Familie informiert und natürlich auch die letzten Nachrichten immer über die sozialen Medien sich eingeholt. Aber wir waren dann relativ schnell auch an der Polizeidienststelle und konnten von dort die weitere Planung angehen. Wie glauben Sie denn insgesamt, wie die Mannschaft das verarbeitet? Zwei solche Sachen innerhalb von drei Tagen? Das hat man schon gespürt, dass das natürlich die Spieler getroffen hat und dass sie auch verunsichert sind. Viele auch nicht wissen, wie es jetzt weitergeht am Wochenende. Kevin Trapp muss auch wieder zurück nach Paris. Das ist sicherlich nicht immer das schönste Gefühl. Aber sie reagieren natürlich unterschiedlich. Der eine ist ein bisschen gefestigter, der andere ist doch dann sehr besorgt. Und man hat schon gespürt, dass alle froh waren, dass sie jetzt nach dieser Länderspielreise abreisen konnten, dass sie nach Hause konnten in ihr gewohntes Umfeld zu Familie und Freunden. Jetzt geht es Anfang Dezember aber wieder nach Paris. Zur Auslosung. Mit welchen Gefühlen wird man denn da hinfahren? Ja, zurzeit sicherlich noch ein mulmiges Gefühl. Man weiß nicht genau, was einem erwartet, aber man ist natürlich zuversichtlich, dass sich die Lage bis dahin so ein bisschen kontrolliert und natürlich auch die Sicherheitsbehörden in Frankreich und die UEFA dafür Sorge tragen wird, dass auch die Sicherheit gewährleistet ist. Und wir müssen natürlich genau dort, wie auch bei den Länderspielen, uns zeigen, auch dass wir dort für unsere Werte einstehen und das Leben weitergeht.